Musik 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 Gleich mal beim Krähen horcht Wir sind an dem J-Tuts Ist du das? Ist du das? Ja Mal gucken wie alles geht Easy Großartige Füße Ist es eigentlich schon so, dass diese Katze nicht mehr so funktioniert wie sie soll Keine Ahnung, ich hab keine Katze Ich hab sie Ich guck hinter mich Da kommt einer Solche Fäule Ja, aber er rennt noch nicht Er ist irgendwie bei dir Nee, er guckt Er wartet da auf dich Penner Ja Bist du weg von dem Jen? Dann würde ich da doch mal Ja Dann mach ich da mal weiter Ich glaub er hat von mir abgelassen Er hat Ruinen, ne? Ja Alter ich komm gar nicht zurecht Der Fernseher ist zu groß Der Fernseher ist zu groß Oh, ich hab seinen Toten gefunden Meinst du das ist Ruin, ja? Nee Das ist denk ich nicht Spitzelt nicht, wenn ich aufhöre mit reparieren Aber ich hab da irgendwas Das war's nicht Das war's nicht Die hat mir ihr Heilpackage da gelassen Das ist ja nett Dann würde er aufgezerrte Hoffnung oder irgendwas haben Nee, es leuchtet immer noch Ja Also, das Symbol Ist ja nett Die hat mir echt ihr Heilpackage da gelassen Geht fertig Konnte ich mich heilen Naja, besser als wenn sie dich heilt wahrscheinlich Obwohl eigentlich nicht Geht schneller, ne? Oder? Wenn man geheilt wird So, ich baller kurz meine Werkzeugkiste rein hier Hier ist auch noch ein Heilpackage Wo ich den Gen gemacht hab da in der Nähe Ich gehe Richtung Richtung Rettung Oh oh, er ist bei mir Ich kann nicht retten Okay, dann versuche ich andersrum zu laufen Mal neben Boah Ist ja ultimativ langsam Ich rette Versuch's zumindest Ich bin auch lange nicht da, aber Ich gehe ganz weit weg Scheiße Das war dumm von mir Das war dumm von mir Das war sehr dumm Werdig Och Und rat mal, wo ich wieder zielgerichtet hinrenne Wahrscheinlich im Keller Jawoll Es ist ein Magnet Geht nie anders Wer hat verfolgt? Ich renne Richtung Keller Hätte ich mal so ein Instinkt bei den Jens Ähm, beim neuen Patch ist glaube ich Beim neuen Patch ist glaube ich dabei Ich würd grad mal erst den Jen noch fertig machen Wir haben die Hälfte Joa, der hängt jetzt zu zweit ran, oder? Ja Dummerweise kommt er Die andere rettet mich glaube ich Oder? Gut Fertet sie dich? Ja Oh Geliehene Zeit Ist gut Alles heilig Richtig Richtig Scheiße Er hat Drachengriff Meinst du dann hilft eins nicht? Geheilt Warte mal Warte mal Hinten war doch noch der Jen Oder habt ihr den gerade gemacht? Scheiße! Nee, der ist noch aus Scheiße! Ich bin One-Hit Das ist das Problem Wo ist denn das Ding hier? Hä? So eine Kacke Was ist denn das Scheiße? So ein Penner Die Spinnen am letzten Jen So ein Penner Aber ich finde er benutzt seine Fähigkeit gar nicht so oft, oder? Nee Heilst du mich? Nein Oh shit Wir ballern den letzten Jen durch Alles klar Eine reingedrückt? Ich renne in die Mitte in die Pyramide Also ich weiß nicht, dass ich Was? Oh, hier ist ein leuchtendes Totem Er ist nicht mehr bei mir Doch, doch Er kommt hinter mir her Er kommt in die Pyramide rein Nee, er kommt aus dem linken Ausgang zu Der linke Ich habe keine Ahnung Oh oh Er ist coming, Leute! Nicht hier rüber? Kann ich hier nicht rüber? Ist das dämlich? Fuck Okay Linker Ausgang Das heißt, ich muss zu irgendeinem anderen Ausgang Du rennst genau drauf zu Da ist der Ausgang Ja, der ist ganz nah beieinander Ist das eine Scheiße? Ich habe einen Schlüssel Ich habe einen Schlüssel Ja Wir sollten uns lieber gegenseitig heilen, aber Ich mache mal seinen Totem kaputt Ich glaube, er kommt zu dir Er hebt nicht auf Oh! Hat er nöt Nein Ausgang Trägt er dich? Nee Er hat die andere Er will uns alles lachen Deswegen heil erst den anderen hoch Ich mache den Ausgang auf Ja Nein Mach's bitte nicht Oh, das ist irgendwie rumgestell Nicht den Ausgang ganz aufmachen Ich bin ja auch noch nicht stresset Er hebt nicht auf Ich dachte, er lässt sich liegen Okay, fehlt mir noch ein Zippel So, Johnny Bleibt er bei dir stehen? Ja Boah, meine Eingabe ist abartig verzögert Wenn ich auf den Controller drücke Kann man das nochmal irgendwie einstellen? Nein Ach komm, ey Der bleibt jetzt wirklich da stehen oder was? Ja Er will halt einen Kill Mach mal den anderen Ausgang noch ein bisschen auf Der ist ja nicht ganz offen Oh, das habe ich daneben gedrückt, weil diese scheiße Eingabe verzögert ist Ja Ich denke, los, mach auf, mach auf, mach auf Ich finde den Ausgang nicht Spring, 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 du musst irgendwo rüber springen Sehr gut Ich mache auf Tank für mich, tank für mich Ich bin beim Ausgang, du bist darauf zugerannt Hallo, ich bin hinter dir, ich bin mit dem Ausgang getroffen Hä? Achso Heilst du mich? Alter, warte Meine Güte Oh Hm, okay Jetzt müssen wir nochmal hin Das letzte Totem habe ich zerstört, also nö, hat er auf jeden Fall nicht Nee, hat er auch davor nicht, das war irgendwas, was er vorher schon hatte Okay Ich habe keine geliehene Zeit, leider Ich auch nicht Aber die andere... Du musst direkt neben mir bleiben, wenn er schlägt, dass einer rettet Okay, 3, 2, 1 Und, go Komm Und weg Ich bin weg Sehr gut, geliehene Zeit Jawoll Raus Haben wir es alle geschafft Alter Es war aber auch nicht Da war er zu gierig, da wollte er, ich habe nur ganz kurz angetäuscht Oder hat er nicht geschlagen Klassenfortschritt Fehler Ja Konnte nicht abgerufen werden Okay Ein Fehler Na gut, war schön Mal gucken, mal schauen, was er hatte Unsterblich und weiter Fluch, Blut, Gunst Äh Auch Ein飛 pasta My England In einem